Für Englisch Subtitle, klick den Subtitle-Botan Hallo zu einer neuen ReptilTV Folge, mein Intro-Tierchen heute eine Albino Sandboa Sandboa gibt es schon lange als Terrarientier Sie haben nie den ganz großen Durchbruch geschafft, obwohl es mittlerweile auch diverse Farbformen gibt wie Albino und Aneretristisch und Snow und was es alles gibt Ich denke, es liegt auch an der versteckten Lebensweise, die Sandboa gräbt sich im Bodensubstrat ein ist dann verschwunden, man sieht nicht wahnsinnig viel von ihr Andererseits sind es eigentlich tolle Terrarientiere, problemlos In der Regel gute Fresser Also deswegen nach wie vor als Terrarientiere doch beliebt, trotz der versteckten Lebensweise Und deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch Wir machen heute die Basic Morphin Hier ein Yellowbelly Königspython 1999 vom Amir Soleimani das erste Mal gezogen Sein Leitspruch war immer Not without a Yellowbelly Und da hat er wirklich recht und wieso, das machen wir in der heutigen Folge Wie gesagt, angefangen hat es mit dem Yellowbelly so um das Jahr 2000 rum Damals kamen viele Yellowbellys aus Afrika Nach wie vor werden eigentlich jedes Jahr einige Yellowbellys in Afrika Auf den Farmen schlüpfen, oder nicht jede Menge, aber vielleicht jedes Jahr Ich würde mal sagen zwischen fünf bis zehn Yellowbellys, die in Afrika jedes Jahr auftauchen Also interessanterweise eine relativ häufige Mutation auch in der Natur Das fing so 2000 an, zu der Zeit war ich jedes Jahr zwei, drei Mal in Afrika Hab geguckt, dass ich die ganzen Yellowbelly Babys bekommen kann Hab sie alle recht gut in die USA verkauft Die Amis oder die US-Züchter waren sehr scharf auf diese Yellowbellys Keiner wusste eigentlich so richtig, wieso die so scharf drauf sind Beziehungsweise eben, da ging schon das Gerücht rum, dass man mit dem Yellowbelly weiße Schlangen züchten kann Dann kam 2003 war das glaube ich, wurde ein Ivory aus Afrika verkauft nach USA Für über 100.000 Dollar Das hat das Gerücht, beziehungsweise das war so, ich hatte die Geschwistertiere von diesem Ivory Konnte ich zu dem Zeitpunkt kaufen, das waren Yellowbellys oder das war das, was nach Yellowbelly aussah Was man eigentlich schon in den ein, zwei Jahren davor auch kannte Der Farmer hat Mark und Bein geschworen, dass diese Yellowbellys oder dass diese Tiere Geschwistertiere von dem verkauften Ivory sind Haben viele nicht geglaubt, haben viele gesagt, der lügt doch eh, kann man nicht glauben und so weiter Einige haben es geglaubt, ich habe die Tiere, ich glaube damals an die Snakekeepers USA verkauft Und die haben tatsächlich ein oder zwei Jahre später damit den ersten Ivory gezüchtet Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob mit diesen Geschwistertieren oder vielleicht sogar ein Jahr der Forscher mit einem anderen Tier Aber das ging alles ein wenig so parallel Ich selber habe mir auch Tiere behalten gehabt, habe damit auch Allerdings deutlich später, ich glaube 2005, 2006, meinen ersten Ivory gezüchtet Aus diesen Yellowbellys Während ich hier das erzähle, haben wir einige Ivories da unten mal eingeblendet Einfach zum zeigen, dass ich nicht nur von Ivories rede, sondern dass ihr einfach das Bild vor Augen habt Von was wir hier eigentlich die ganze Zeit sprechen Mit der Zeit hat man gemerkt, dass der Yellowbelly der Key für viele andere Morphen ist So zwei, drei Jahre später, ich müsste selber in meinem Buch nochmal nachschlagen Ich denke so 2005 ungefähr Hat der, ebenfalls der Amir Soleimani, den ersten Superstripe gezüchtet Mit Yellowbelly und einer zweiten Morph, die sich dann als Specter herausgestellt hat Kam der Superstripe, war auch eine Sensation Wieder ungefähr fünf Jahre später kamen dann, also nicht zwischendrin kam der Puma Puma züchtet man mit Yellowbelly und Spark Kam der Puma, da können wir hier gerade mal ein Bild einblenden wie ein Puma aussieht Und dann der vorletzte im Bunde war der Highway, der wurde auch zuerst in den USA gezogen Der Bill Brand war meines Wissens der erste, der den Highway gezüchtet hat in den USA Den Highway züchtet man aus Yellowbelly und Gravel Und ungefähr zeitgleich mit dem Highway kam der Freeway, den wir aus Yellowbelly und Asphalt züchtet Freeway tun wir ebenfalls im Bild einblenden Das Ganze ist so der Yellowbelly-Komplex Ich glaube es gibt noch einige Sachen zwischendrin, zum Beispiel zwischen Ivory und Gravel Also das ist ja das, wo wir Züchter uns eigentlich seit Jahren die bisschen auch die Zähne ausbeißen Man hat einen Gravel wirklich aus geprüfter, sicherer Linie Man züchtet den mit einem Yellowbelly und plötzlich kommt ein Tier raus, was eigentlich nicht typisch wie ein Highway aussieht Sondern viel viel heller ist, vielleicht nicht ganz so Elfenbeinfarben wie ein Ivory Sondern so ein bisschen zwischendrin, noch mit stärkerer Rückenzeichnung Ziemlich gelben Strichen drauf Also so ganz endgültig geklärt ist dieser ganze Komplex nicht Es ist nach wie vor spannend, was da alles Neues rauskommt Ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesem Yellowbelly-Komplex außer Highway, Freeway, Puma, Superstripe, Ivory Dass da in Zukunft vielleicht auch noch ein, zwei neue Sachen dazukommen, die man bis jetzt noch gar nicht gefunden hat Also nach wie vor bleibt es auf jeden Fall spannend Noch mal ganz kurz den Begriff vom Yellowbelly-Komplex Beziehungsweise wie so immer sagt, dass diese ganzen Mutationen oder Farbvarianten allele zueinander sind Ein Yellowbelly zum Gravel oder zum Spark oder zum Yellowbelly Ein Jungtier kriegt von beiden Elterntieren 50% der Erbinformationen Habe ich zweimal Yellowbelly, von beiden Eltern kommt zweimal Yellowbelly zusammen, dann kommt ein Ivory raus Kommt ein Yellowbelly und ein Gravel aufeinander, dann kommt ein Highway raus Wenn ich jetzt mit diesem Elterntier wieder verpaare, zum Beispiel mit einem Classic Wird nur eins von beiden Allelen weitergegeben, entweder der Yellowbelly oder der Gravel Oder habe ich ein Ivory, wird nur mit einem Ivory und Classic keine weiteren Ivories züchten Weil der Ivory sich wieder aufspaltet in Yellowbelly und Yellowbelly Also wird eins von beiden Allelen weitergegeben Und so verhält sich das in dem Komplex Habe ich einen Highway, verpaare ich den, wird entweder der Gravel oder der Yellowbelly weitergegeben Habe ich einen Puma, wird der Spark oder der Yellowbelly weitergegeben Habe ich einen Ivory, wird eins von beiden Yellowbelly Genen weitergegeben Also wird es immer wieder aufgespaltet, das ist wichtig in der Zucht zu wissen Habe ich eine Kombo wie in dem Fall, das ist jetzt ein Pastel Yellowbelly Der kann ja beides weitergeben, weil es nicht mehr Allel zueinander ist Wenn ich den mit einem Classic Tier verpaare, kann ich wieder Pastel Yellowbelly züchten Weil beide Genveränderungen weitergegeben werden Es ist nicht Allel zueinander, es sitzt auf einem anderen Gen Deswegen kann beides weitergegeben werden Also deswegen spricht man beim Yellowbelly vom Komplex Was ich mit diesem Tier aber noch zeigen wollte, dass der Yellowbelly nicht nur So tolle Sachen wie Ivory oder Highway zustande bringen kann Sondern er kann auch andere Farben morphen aufhübschen Also hier bei dem Pastel kommt der Yellowbelly jetzt nicht wahnsinnig zum Vorschein Aber er macht den Pastel einfach hübscher Wenn ich ein Pastel in der Größe habe ohne Yellowbelly drin, dann ist das Gelb schon viel mehr verblasst Ich habe nicht diese kräftigen schwarz-gelben Farben Und der Yellowbelly tut das Tier insgesamt aufhübschen Also das ist noch der zweite Aspekt vom Yellowbelly Außer dem, was wir gerade besprochen haben Was den Yellowbelly so interessant und toll für die Zucht macht Noch mal kurz zum zeigen, was den Yellowbelly ausmacht Wie der Name schon sagt, gelber Bauch In dem Fall, der kommt jetzt sogar demnächst in die Häutung Vielleicht ein wenig unpassend gewählt von mir das Tier Aber es ist nicht so leicht zu erkennen Der Bauch ist immer relativ einfarbig An der Seite hat er so diesen Reißverschluss dazu So einzelne schwarze Stellen, so Reißverschlussartig Daran kann man Yellowbelly erkennen oder ausmachen Als Baby ist das noch einiges leichter Umso größer er wird, umso schwieriger ist der Yellowbelly vom Classic Königspython zu unterscheiden Weil er sich farblich nicht so wahnsinnig abhebt Von oben als richtiger, oder wenn ich jetzt schon jahrelang Yellowbellys gesehen habe Sehe ich dem eigentlich auch schon von oben an, dass es ein Yellowbelly ist So ein paar markante Sachen, die Farben werden kräftiger Oder auch diese hellen Punkte, was er zum Teil drin hat Können ein Anzeichen sein Man kann es ein bisschen von oben erkennen Aber wirklich sehr schwierig, wie gesagt Eher noch von unten am besten an diesem Reißverschluss rechts und links vom Bauch Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten Aber sie sollen euch auch in der Terraristik helfen, sollen eure Fragen beantworten Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch Oder etwas an euch weitergeben Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen Ihr wisst, in YouTube Abo ist die Macht des YouTubes Also lasst mir bitte ein Abo da Wenn ihr Terraristik-Produkte beziehen wollt Ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich Also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video Oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt Und bleibt mir drei Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal